Bist du auf der Suche nach einem KI-Tool, das dir bei der Textgenerierung hilft? Es gibt inzwischen so viele davon. Sie sprießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Ich glaube, es gibt über tausende inzwischen. Und man verschilliert schnell die Übersicht, welche KI-Tools wirklich gut sind. In diesem Video verrate ich dir, warum ich CopyCockpit bevorzuge im Vergleich zu ChatGPT, was ja viele nutzten, was es auch schon eine ganze Weile gibt. Aber ich habe gute Gründe, warum ich CopyCockpit empfehle. Denn es hat viele Funktionen, die du in anderen Tools nicht findest. Wenn dich interessiert, warum CopyCockpit so viel besser ist als ChatGPT, dann bleib unbedingt dran. Denn ich zeige dir am Ende auch, wie du am besten mit CopyCockpit starten kannst. Die Auswahl an KI-Tools auf dem Markt ist inzwischen riesig geworden. Und keiner hat mehr wirklich den Überblick, welche Tools wirklich gut sind. Denn viele davon sind sehr neu und noch nicht ausgereift. Und das ist bei CopyCockpit anders. Denn das gibt es schon seit Frühjahr 2021 auf dem Markt. Und ich arbeite auch schon seit zwei Jahren mit CopyCockpit und habe die Entwicklung erlebt, als sie damals angefangen haben und was jetzt dazugekommen ist. ChatGPT kam erst im November 2022 auf. Und danach schossen alle weiteren Tools aus dem Boden. Und ich möchte dir auch erklären, was die Unterschiede sind aus meiner Sicht mit ChatGPT und CopyCockpit. Und dazu möchte ich dir mal eine Gegenüberstellung zeigen. Du siehst hier, ChatGPT gibt es erst seit November 2022 auf dem Markt. Und es ist vorwiegend auf Englisch. Während CopyCockpit von einer Schweizer Firma Swiss Made Marketing schon mehr als anderthalb Jahre davor auf den Markt gebracht wurde. ChatGPT hat ein Eingabefeld und das Problem dabei ist, du musst prompte lernen. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele Prompts, aber die sind zum größten Teil auf Englisch. Das macht es für Anfänger, die mit KI anfangen, enorm schwierig, sich in diese Tools einzuarbeiten. Und manche Menschen wollen das gar nicht, weil das nicht ihr Beruf ist. Wenn du im Marketing arbeitest, okay, dann lohnt es sich prompt zu lernen. Aber wenn du Handwerker bist, Selbstständiger oder ein anderes Thema hast, dann ist das ein zusätzlicher Aufwand. Was ich bei ChatGPT auch schwierig finde, ist das Wiederfinden von Texten, die ich schon mal erstellt habe. Weil die Oberfläche so simpel ist in der Bedienung, aber dadurch auch unübersichtlich. Natürlich hat ChatGPT nicht nur Nachteile, sondern es hat auch Vorteile. Es gibt eine kostenlose Version, mit der du natürlich arbeiten kannst, die auf OpenAI 3.5 basiert. Und das reicht vollkommen aus, wenn man damit anfängt. Und wo ChatGPT auch besser ist, ist bei langen Texten. Wenn du lange Texte als Vorgabe eingibst, um zum Beispiel eine Zusammenfassung daraus zu machen, dann ist die Zeichenanzahl, die du dort eingeben kannst, deutlich höher als bei CopyCockpit. Da gibt es nämlich auch noch eine Begrenzung, wie viele Zeichen man bei CopyCockpit einfügen kann. Zum Beispiel in den Allrounder-Chat, um eine Zusammenfassung daraus zu machen. Aber da arbeitet SwissMate Marketing dran, um diese Grenze auch zu erhöhen, sodass es die gleiche ist wie bei ChatGPT. Ich möchte dir kurz zeigen, wie die Oberfläche von ChatGPT aussieht, falls du sie noch nicht gesehen haben solltest. Du musst dir bei ChatGPT einen Account anlegen und dann kommst du in diese Oberfläche, wo es inzwischen, wie du siehst, viele Prompts gibt. Ich habe hier zusätzlich AIPRM mir einen Account angelegt, weil ich damit die Möglichkeit habe, auf diese Prompts zuzugreifen. Aber das ist eben alles in Englisch. Und das Eingabefeld ist hier unten. Du kannst noch sagen, die Ausgabe soll auf Deutsch sein. Du kannst die Tonalität verändern, zum Beispiel auf Emotional. Und du kannst einen anderen Schreibstil eingeben, was das Ganze etwas einfacher macht in der Bedienung und du die Texte besser beeinflussen kannst. Aber dann musst du einfach anfangen und schreiben den ganzen Prompt, den du brauchst. So ein Satz reicht nicht aus. In vielen Fällen musst du deutlich mehr schreiben. Du siehst, da kommt schon etwas bei raus, aber ChatGPT hat hier einfach mal vorausgesetzt, das ist ein Moderator und ein Experte, die gemeinsam über dieses Thema sprechen. Also für meine Zwecke nicht unbedingt geeignet. Du kannst natürlich dich in all diese Dinge reinarbeiten, aber es ist ziemlich mühsam, gerade wenn man damit keine Erfahrungen hat. Deshalb möchte ich dir jetzt auch erklären, was die Vorteile von CopyCockpit sind und warum ich es bevorzuge. Es ist zum einen länger am Markt, seit April 2021. Und es kann mehr als nur Texte generieren, denn es ist wirklich ein Tool, was dich bei deinem Marketing unterstützt. Wenn du eine neue Produktidee hast, kannst du dir einen Namen für dein Produkt generieren lassen. Du kannst dir eine Landingpage damit erstellen lassen. Du kannst dir über die Apps in CopyCockpit, die genau dafür vorgesehen sind. Wenn du einen Online-Shop hast, kannst du damit Produktbeschreibungen generieren. Also es ist viel, viel mehr als nur Texte. Und an Funktionen habe ich hier mal nur kurz aufgelistet und das werde ich dir auch gleich kurz zeigen, wie das aussieht. Es gibt circa 100 sogenannte Apps. Das sind alles unterschiedliche Anwendungsfälle, auf die du zugreifen kannst, wo du keine Prompts für lernen musst, sondern die haben im Hintergrund die Prompts schon enthalten und du kannst sie einfach für deine Projekte, für deine Angebote oder Produkte nutzen. Außerdem gibt es Assistenten, die dich Schritt für Schritt durch die Erstellung, zum Beispiel eines Blogposts, ein E-Book erstellen für dich gemeinsam. Und das macht das Ganze so viel leichter. Du hast Projekte, wo du Hintergrundinformationen hinterlegen kannst, auf die du jederzeit wieder zugreifen kannst, wenn du zu diesem Thema, zu diesem Angebot etwas Neues kreieren möchtest. Eine E-Mail, einen neuen Facebook-Post oder andere Dinge. Und das macht die Wiederverwendung von Dingen, die du schon mal erstellt hast, deutlich leichter. Außerdem hast du Dokumente, in denen du Texte sammeln kannst. Gerade bei längeren Texten oder bei verschiedenen Texten zu einem Projekt sind diese Dokumente so hilfreich. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Was auch in den zwei Jahren, wo ich es nutze, passiert und was auch weiterhin passiert, Swiss-Made-Marketing bringt laufend neue Funktionen hinzu. Und zwar sind sie aus der Praxis für die Praxis. Swiss-Made-Marketing ist ein KMU, das andere Firmen bei ihrem Marketing unterstützt. Und deshalb haben sie auch enorm viel Marketingwissen. Und CopyCockpit ist genau dafür gemacht, andere Menschen dabei zu unterstützen, ihr Marketing optimal auszurichten. Sie haben außerdem einen sehr guten deutschen Support, an den du dich jederzeit wenden kannst. Und das Besondere ist, es gibt jede Woche Live-Webinare zu CopyCockpit, wo du deine Fragen stellen kannst, wo du Beispielprojekte mit jemandem von Swiss-Made-Marketing entwickeln kannst und nie allein gelassen bist mit dem Tool. Und die würde ich dir unbedingt ans Herz legen. Ich bin selber regelmäßig in den Freitagscalls drin. Das sind die für Fortgeschrittene. Und genau daraus sind die neuen Funktionen entstanden, die CopyCockpit inzwischen enthält. Jetzt möchte ich dir auch die Oberfläche von CopyCockpit zeigen, damit du einen Eindruck bekommst, wie das Ganze in CopyCockpit aussieht. Und es ist deutlich aufgeräumter als in ChatGPT. Wir haben hier zum einen die Assistenten. Und du siehst, hier gibt es auch einen Allrounder-Chat, der ist so ähnlich wie ChatGPT. Den kannst du alles fragen. Der hat immer eine Antwort für dich. Du hast einen Assistenten für Blogartikel, für Landingpages, für Facebook-Ads, für ein E-Mail-Newsletter, für ein E-Book, für einen Online-Shop, eine Startseite oder für Produktseiten. Und da steckt ganz viel Marketing-Know-how dahinter. Dann hast du hier auf der linken Seite alle Apps, die in CopyCockpit enthalten sind. Und da gibt es eben auch allgemeine Apps zum Schreiben von besseren Texten oder aus Stichworten Text zu machen, Text zu vereinfachen. Dann gibt es hier die Marketing-Grundlagen. Wie ich vorhin schon sagte, finde einen neuen Produktnamen für ein Angebot oder Kundenprobleme oder Nutzenversprechen. Finde deine Zielgruppe gemeinsam mit CopyCockpit. Das kann dir alles helfen. Und dann haben wir hier natürlich für die einzelnen Anwendungsbereiche wie Landingpages unterschiedliche Apps, mit denen du arbeiten kannst. Hier gibt es Apps für Blogs, es gibt Apps für E-Books, es gibt Apps für E-Mail-Marketing. Hier sind die Apps für die Online-Shops. Es gibt Apps zum Storytelling, für Suchmaschinenoptimierung. Und das geht weit über das reine Texte hinaus. Da hilft dir CopyCockpit wirklich, dein Marketing optimal auf die Beine zu stellen, gute Texte zu finden für alle möglichen Anwendungszwecke. Und was ich vorhin erklärt habe, die Projekte, da kannst du Dinge hinterlegen. In CopyCockpit nennt man das die Nischenformel, die du dann für andere Dokumente oder Texte wieder zur Verfügung stellen kannst. Zum Beispiel hier als Beispiel ein Canva-Workshop für Anfänger. Da ist hinterlegt, es ist für Selbstständige. Die Tonalität ist Umgangssprache und Du-Form. Und auf diese Projekte kann ich dann jederzeit zugreifen, wenn ich einen neuen Text erstellen will. Jetzt lassen wir uns für den Canva-Workshop mal eine Landingpage erstellen. Mit dem Assistenten von CopyCockpit. Das sind Erklärungsvideos, was du an dieser Stelle machen sollst. Das überspringe ich mal. Jetzt fragt es mich nach dem Projektnamen. Und jetzt bekomme ich Textvorschläge für meine Landingpage. Die Headlines, die Subheadlines. Nehmen wir doch mal der Workshop für Anfänger. Das hört sich doch gut an. Jetzt kommt noch der Untertitel dazu. Du hast immer eine Riesenauswahl an Vorschlägen, aus denen du auswählen kannst. Jetzt kommt eine Beschreibung dazu. Ich nehme mal den letzten an dieser Stelle. Du kannst das Video jederzeit anhalten, um genauer zu lesen, was für Texte dort erstellt sind. Der letzte gefällt mir in diesem Fall am besten. Melde dich zum Workshop an. Da nehmen wir mal diesen. Und jetzt habe ich alle Texte, die wir gerade ausgewählt haben, hier zusammengefasst in einem Dokument. Und diese Dokumente sind die Sammelorte für viele unterschiedliche Texte. Und das ist das, wo dich CopyCockpit wirklich bei deinem Marketing unterstützt. Das geht hier nicht nur um Texten, sondern du kannst hier optimale Landingpages erstellen. Du bekommst Unterstützung für Blogartikel, für deine Ads und für viele andere Dinge. Der einzige Nachteil bei CopyCockpit ist, du musst dafür bezahlen. Aber aus meiner Sicht ist es das allemale wert, weil es einem enorm viel Zeit erspart. Und deshalb ist CopyCockpit mein Favorit. Weil es schon ausgereift ist, weil es einen guten Support hat, weil es die Live-Workshops gibt, in denen man Fragen stellen kann und weil es laufend weiterentwickelt wird für die Praxis. Ich bin jedenfalls eine begeisterte Anwenderin von CopyCockpit. Ich habe schon meine eigenen Apps erstellt für Videoskripte, für Facebook-Posts und andere Dinge und empfehle es meinen Kunden alle weiter. In der Beschreibung findest du einen Link. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.